1, 2, 3, 4, 5, 6 und marschier! 1, 2, 3, 4, 5, 6, mit rechts geht's los! Schwind, flieh, schwind, flieh, schwind, flieh und marschier! 1, 2, 3, 4, 5, 6, und noch mal mehr! Auf! Schwind, flieh, schwind, flieh, schwind, flieh und marschier! Ja, wir haben uns schon jetzt total Anspruch, heute, denn Füttler ist ja der. Müssen wir uns ja merken. So, mit Ihren rechten Füßen passen wir jetzt ein Kick und Platz, probieren wir mal, fünf, sechs, sieben, acht. Kick und Platz, Kick und Platz, Kick und Platz, Kick, Kick und Platz, ich merke schon die Tänzer hier, die ganzen Tänzer, die wissen doch nicht mal. Kick und Platz, Kick und Platz, Kick und Platz, Kick und Platz, Stehen die Füße durch den Strecken, Kick und Platz, Kick und Platz. Füße strecken, jetzt denke ich an die Workshops, die vielleicht war nämlich auch mit dabei, ich weiß, was ich heute gemacht habe, Steck-Tack-Tack, Steck-Tack-Tack. Ah, wenn Ihr Wunsch jetzt gerade am Organ habt, dann hat das richtig gemacht. Kick und Platz, Kick und Platz, und wir marschieren wieder, marschieren, marschieren, na sehr schön, sehr schön. Jetzt machen wir mit den Rechten ein Tipp drauf, links, Tipp und auf, immer einmal Tipp und auf. Tipp drauf, 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 super. Tack, und da können wir die Arme mal ein bisschen hoch gehen. Tack drauf, tack drauf, je nachdem wie lang das Kleid ist, ne? Kick und Platz, du bist vorsichtig da hinten, ne? Tipp drauf, Tipp drauf, die Hüfte, die Hüfte, die Hüfte, aha, Hüfte, Hüfte, sehr schön. Und einige Wände fehlt uns noch, wir marschieren nochmal mit rechts, ein, so, drei, vier, rechter Fuß und zwar eine Box. Mit dem rechten Fuß kreifen wir vor den Lenken, holen wir den Linken wieder raus. Achtung, schaut einfach einmal, fünf, sechs, sieben, acht, sechs, sechs, drei, vier, rei, zurück, seit, lau, rei, zurück, seit, lau, rei, zurück, seit, lau, rei, zurück, seit, lau. Ja, war fantastisch, ich hab was mit mir, ich hab's mit der Tänzer zu tun. Sehr schön, so, ihr Lieben, da mit der Tänzer zu tun.